Seien wir mal ehrlich, grundsätzlich unterscheidet sich die KvR bei der Elsona nicht gross von anderen Firmen. Aber bei der Elsona bist du durchgehend durch deine Berufsbildner nicht begleitet. Egal ob mich etwas privat oder geschäftlich bedrückt, kann ich mich jederzeit für eine melden. Die Elsona bietet auch viele Benefiz. Zum Beispiel bei Sprachaufenthalt bekommen wir zwei Wochen zusätzliche Ferien plus einen gewissen Betrag. In meiner Freizeit mache ich Kampfsport und in meiner Gleitzeit kann ich auch mal früher gehen, damit ich nicht zu spät zu Hause bin. Mir war schon von Anfang an wichtig, eine abwechslungsreiche Lehre zu machen. Das habe ich hier auch erlebt und kann auch verschiedene Abteilungen besuchen. Ab Hause haben wir eine grosse Auswahl. Momentan sind wir bei der Cafeteria, aber man kann auch auf die Akterrasse gehen, beim Töckchenkasten, bei den Arbeitsloungen sowie auch im Personalresti. Hier bei der Elsona fühle ich mich nicht wie eine Lernende, sondern wie eine normale Mitarbeiterin. Weil ich werde sehr gut behandelt und auch respektiert. Wir sind mit allen per Du, sogar auch mit unserem CEO. Zur Abwechslung zu unserem Alltag konnten wir in der freien Natur in Bern mit den Mitschriften die Abfolge zusammensammeln und diese dann umweltgerecht entsorgen. Rückblickend kann ich sagen, dass sich die Elsona extrem für ihre Lernende engagiert. Wir werden gefördert, wo nötig auch unterstützt. Das Lernende Lager war das absolute Highlight. Da haben wir die Möglichkeit gehabt, einen guten Einstieg in die Versicherungsplanche zu bekommen und auch unsere mit Stiften kennenlernen. Auf die Abschlussprüfungen konnten wir uns sehr gut vorbereiten. Ab Januar hatten wir vier Stunden in der Woche Zeit, um darauf zu lernen. Wie ihr seht, bin ich immer noch da. Schon während der Ausbildung habe ich gemerkt, dass St. Kassel das Richtige für mich ist. Kurz vor dem Abschluss habe ich ein Stellangebot bekommen und habe natürlich gerade zugesagt. Ich möchte weiterhin hier bleiben, Berufserfahrungen sammeln und demnächst eine Weiterbildung Richtung Betriebswirtschaft machen. Schlussendlich ist die Umfeld, die dich zum Erfolg bringt. Bewert dich doch jetzt unter helzana.ch slash leerstellen Richtung Betriebswirtschaft Richtung Betriebswirtschaft Für.